Ein neuer Tag, ein neuer Booster, Folge 870. Herzlich willkommen. Ja, wir sind noch bei Weiß-Schwarz HoloLive Production. Was heißt noch? Wir haben auch gerade erst angefangen mit diesem Display. Und ich muss auch wirklich sagen, ich bin total begeistert davon. Die Karten, die haben so eine schöne Qualität und teilweise wirklich so richtig nice Artworks. Also gefällt mir richtig gut. Ich bedauere das wirklich sehr, dass ich hiermit nicht schon früh angefangen habe. Ich werde es auf jeden Fall auch zusätzlich sammeln und es wird auch in Zukunft bei mir öfter mal Weiß-Schwarz geben. So, Which is the Real One, Amane Kanata, ist hier die erste Karte, heute eine Kamen. Dann haben wir an Experts Power Murasaki Shion, auch wieder eine Kamen. Und ja, dass die Artworks hier auch so Full Art gehalten sind, das gefällt mir halt auch richtig gut. Osora Subaru, ebenfalls wieder eine Kamenkarte. Dann haben wir die, ja, ich wollte gerade sagen, die erste Gruppenkarte hier. Ja, die habe ich auf Card Market auch gesehen. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das sieht aus wie eine Gruppenkarte hier. Together in an Expanding World. Aber auch wieder eine Kamen. Dann haben wir jetzt hier schon eine Climax Rare sogar. Ja, ich habe, da habe ich bei den ersten auch leider gar nicht drauf geachtet. Hier unten haben wir jetzt das C, R und das steht für Climax Rare. Enchanting Gaze. Aber leider kein Holo-Effekt. Ich weiß nicht, ob es bei den Climax Karten, Holo Karten gibt oder nicht. Bleibt abzuwarten. Wir haben jetzt dafür an dieser Stelle eben auch keine Holo gehabt. Wir haben jetzt hier die erste Ankamen, Inugami Corona. Aber vielleicht kommt ja hier auch ein richtig fettes Highlight in diesem Booster heute. Ähm, Toward. Tokoyami Toa. Auch wieder eine Ankamen Karte. Ich habe gerade gedacht, die zeigt uns ein Mittelfinger. eine weitere Ankamen. Hoshimaki Suisei. Auch ein schönes Artwork wieder. So, dann haben wir jetzt hier noch eine Rare. Und, äh, ja, okay, dann ist die Climax Karte, weil es vielleicht eine Rare ist, heute mal an anderer Stelle gewesen. Sonst haben wir die Climax ja immer an der letzten Position gehabt. Ähm, Towards the Future Together Murasaki Shion. Und, äh, Murasaki Shion haben wir auf jeden Fall schon mal gezogen. Ich weiß nur nicht, ob wir diese, diese Rare Holo hier schon mal hatten. Aber es ist wieder ein Highlight. Ein kleines, äh, auch wenn wir in jedem Booster mindestens eine Rare haben. Aber, ja, trotzdem freue ich mich. Bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal.